Hallo und herzlich willkommen zum DAX-Check. Ja, letzter Handelstag der Woche und wir haben tatsächlich eine ganz gute Woche hinter uns. Wir sind zwar schwach reingestartet am Montag mit Verlusten, dann lief es aber am Dienstag richtig gut. Wir haben ein neues Rekordhoch gesehen bei 15.685 Punkten und wir haben uns auch in den letzten Tagen über der Marke von 15.600 Punkten gehalten. Wir können ja gleich mal auf den ersten Chart schauen bzw. klicken da gleich mal weiter auf den Jahreschart und im Endeffekt sehen wir, wir sind hier aus einer Seitwärts-Range ausgebrochen, ganz grob zwischen 15.500 Punkten und 14.800 Punkten. Das ist auch wichtig für die Kollegen vom Aktionär. Die haben die Marke von 15.500 Punkten in den Vortagen, Vorwochen immer als entscheidende Marke identifiziert, um sich dann für ein Produkt zu entscheiden. Jetzt ist die Entscheidung da. Die Kollegen vom Aktionär, Max Völkel, hat am Mittwoch ein neues Produkt etabliert. Wir sehen es auch hier von JP Morgan. Der Empfehlungskurs liegt bei 11,17 Euro und wir sind jetzt schon leicht im Plus. 11,52 liegen wir. Vorbörsentlich habe ich jetzt auch schon 11,60 gesehen. Ja, was ist jetzt heute noch wichtig? Heute schauen wir vor allem auf die USA. Da gab es zum einen schlechte Vorgaben, aber zum anderen wird heute Nachmittag ein Termin wichtig. Um 14.30 unserer Zeit gibt es den US-Arbeitsmarktbericht und auf den schaut auch immer die US-Notenbank. Und die Notenbank, die ist, wie wir wissen, entscheidend gewesen in den letzten Jahren. Da können wir auch mal wieder auf das Chart-Tool schauen. Ich habe Ihnen da mal den 15-Jahres-Chart mitgebracht und der demonstriert uns, dass wir eigentlich in einem Notenbankenmarkt leben. Wir hatten hier 2008, 2009 die Finanzkrise. Sehen, wie es runtergegangen ist für den DAX, auch für die US-Indizes. Und dann hat die Notenbank eingegriffen, hat den Leitzins gesenkt, hat Anleihenkäufe gestartet und in der Folgezeit ging es für den DAX und auch für die anderen Indizes kräftig nach oben. Und immer, wenn es irgendwelche Krisen gab in den letzten Jahren, war die Notenbank zur Stelle, hat eingegriffen, hat auf Anleihenkäufe gesetzt. Jetzt eben auch in der Corona-Krise hier der massive Einschlag. Notenbank war sofort wieder da, FED Leitzinsen gesenkt, auf Anleihenkäufe gesetzt, EZB genauso. Und da sehen wir einfach, das ist momentan das Entscheidende, dass die Notenbank immer wieder zur Stelle ist, immer wieder eingreift und in Krisen einfach zur Stelle ist. Heute Nachmittag dann, wie gesagt, der US-Arbeitsmarktbericht. Der ist wichtig für die Notenbank, nutzt die Notenbank die FED immer wieder, um das Ganze in ihre Überlegungen zur Geldpolitik einfließen zu lassen. Deswegen werden wir da mal genau hinschauen, ob es dann auch irgendwelche Bewegungen gibt bei den US-Indizes und dann auch beim DAX. Wir können mal auf die Tafel schauen, wie der DAX in den Markt startet. Leicht positiv, plus 0,1 Prozent. Sind weiter über der Marke von 15.600 Punkten. Nähern uns damit auch wieder dem Rekordhoch an und verspricht also durchaus ein entspannter und vielleicht am Nachmittag dann auch nochmal ein bisschen interessanterer Handelstag zu werden. Ja, das war es im Endeffekt von meiner Seite. Am Montag greift dann wieder Thomas Bergmann nach seinem zwei-büchigen Urlaub ins Geschehen ein. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle ein schönes Wochenende, eine gute Zeit bis dahin und wir sehen uns.